Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich zur Fernsehanwaltswoche vom 29.04.2016. Mein Name ist Alexander Bredereck und neben mir sitzt mein Kollege Volker Tinger und Hallo Alex. Hallo Volker, heute geht es um die Themen Böhmermann, Sexualstrafrecht und Kachelmann gegen Bild. Ja, wunderbar. Ich habe mal so Böhmermann besichtet, Böhmermann und die Grenzen, weil hier wird ja diskutiert, Landauflag. Böhmermann und der Soutan. Böhmermann und der Soutan. Aber mich interessiert mal, hier sind Grenzen überschritten worden oder eben nicht und es wird nun diskutiert und eigentlich die ganze Diskussion, da werden ja alle Meinungen vertreten, sage ich mal. Da kann jetzt jeder noch seinen Mund zubringen und wir haben es bisher noch nicht gemacht. Ich dachte, wir müssen es jetzt auch noch machen. Deswegen jetzt mal die Frage hintereinander abgearbeitet und welche Grenzen wurden eigentlich überschritten? Und die erste Grenze, wichtigste Grenze war ja, da ging es ja aus, Satire oder Strafrecht. Naja, Satire oder Schmähkritik ist ja das, was in der Diskussion steht. Also Schmähkritik ist nun von Kunstfreiheit, darunter fällt ja auch Satire, die auch unter Meinungsfreiheit nicht mehr so ganz umfasst, weil es eben nur spezifisch persönlich beleidigend ist. Da ist die gesetzliche Grenze, die Artikel 5 Grundgesetz halt so kennt. Das ist aber natürlich die Frage, denn in letzter Konsequenz sagt das Bundesverfassungsgericht ja seit vielen, vielen, vielen Jahren, wenn ich seit Jahrzehnten satire, darf auch überspitzt sein. Ja. Und man kann jetzt über die inhaltliche Schönheit des Böhmermanns, im Böhmermannschen Gedichts gut streiten. Ich persönlich finde es total erfrischend, wenn ich ehrlich sein soll. Aber es ist natürlich schon harter Toback. Ja, und letztlich kann man nachvollziehen, dass möglicherweise sich da jemand auf den Schiffsgelegen fühlt. Gut, das ist ja für strafrecht erstmal übergewandt. Was problematisch ist an der Diskussion, ist jetzt mittlerweile, haben auch einige schon gesagt, und ich glaube, da liegt das Ganze wirklich begraben, das Ganze geschah in einem Kontext. Es gab ein Vorspiel, es gab den NDR 3-Beitrag, es gab die Reaktion von Erdogan. Ja, das kann man auch, warum wir jetzt auch nicht das Gute haben, weil es auf jeden Fall klar ist, das war eingebettet. Und darauf hat er ausdrücklich Bezug genommen. Er hat außerdem auch alles, das nochmal in Recht belehren, quasi auch als Teil des satirischen Akts. Er hat bewusst gesagt, ich gehe hier auf einer Grenze, die unzulässig ist, und hat das Ganze wieder als eine Satire verpackt. Also, wenn meine Prognose ist, den Gericht würde es, glaube ich, sehr schwer haben, ihn zu verurteilen, weil, wenn ich nun auch noch sage, es ist Satire, ich bin in einer Satiresendung, wo man alle möglichen Leute auf einer A4Z verarschen kann. Na ja, gut, die Frage ist halt, wenn ich sage, dass es Satire ist, ist es dann Satire, oder muss ich dann nicht trotzdem die Grenze zwischen der Kritik beachten? Wenn ich zum Beispiel, der FAZ-Herausgeber, glaube ich, einer der CUNA, oder ich weiß nicht ganz genau jetzt, hatte ja in einer FAZ die Steinbach, Frau Steinbach, die lustagsabgeordnete, unter anderem als Q jetzt bezeichnet, und hat gesagt, das ist ja genau das Gleiche. Und da hätte ich zum Beispiel erhebliche Bedenken, weil ich sage, das ist ja nicht mehr, die FAZ ist ja in ihren politischen Kommentarspalten und keine Sative-Zeitung irgendwie. Wobei manches, was Frau Steinbach sagt, schon politisch isertiert ist. Ja, aber nicht unbedingt was. Gut, aber ich will noch eine Frage aufwerfen, nächster Punkt. Da wird man drüber diskutieren müssen. Aber wie gesagt, wichtig ist die ganze Diskursung immer in dem Rahmen. Nicht einfach losgehen muss, das Gedicht zitieren und dann sagen, ist das jetzt eine Schmähkritik, nur unzulässig oder nicht, na, schlussig ist das. Das baut schon aufeinander auf, was da auch im Vorfeld passiert ist, ganz klar. Und ich denke, in dem Kontext muss man es dann noch sehen, ob das Ganze jetzt zeitgemäß ist unter dem Gesichtspunkt, um als Geldbeleidigung, was ja da auch... Dann komm, so geht es mal mit, kommt gleich, kommt gleich noch. Weiß ich nicht. Wir machen die Grenzen hintereinander. Nächste Grenze, Entschuldigung, jetzt mal Verbotskontum. Nehmen wir mal an, wir wissen es ja alle nicht, also die Juristen und Aufland haben jeder eine andere Meinung, weil jetzt kommen wir noch mal zu praktischen Strafbarkeiten von Römermann-Verfahren. Im Normalfall sind wir uns eigentlich bei so einer unklaren Lage, wo keiner was weiß, der Ding wurde einfach eingestellt, die Staatsanwaltschaft würde die Akte zur Seite schmeißen, fertig. Aber hier geht ja nun nicht so einfach. Aber trotzdem, wie ist das jetzt? Konnte Römermann nicht wissen, dass er straffbar ist? Also sollte er sich darauf berufen, hätte er es nicht gewusst, wäre meines Erachtens das Problem, dass er ja im Vorsprung selber sagt, ich bewege mich hier. Ne, der hat ja... Nein, der ist ja Teil der Satiren gewesen. Er hat ja gesagt, er wusste nicht, dass das Gesamtding... Und er hat ja auch wahrscheinlich seine Juristen im ZDF, da macht er doch nicht etwas so, da würden die doch auch nochmal gefragt werden. Das würde doch eigentlich gegen eine Verbotswertung sprechen, oder nicht? Habe ich mich auch gewundert. Ja, da würde ich tatsächlich erinnern. Aber wenn die jetzt gesagt hätten, Grenzwert, wir wissen es nicht, wir audieren, die hätten gesagt, das ist unproblematisch. Jetzt hätten sie nicht gesagt, aber wir denken, es ist noch zulässig. Dann hat er sich noch eine Meinung eingeholt und dachte, okay, das können wir machen. Also zumindest strafbinderfänglich. Wie gesagt, ich denke, man kann die nicht verurteilen. Also das würde bis vor das Verfassungsbericht gehen, wenn der verurteilt wird. Und ich denke, mein Prozess, der wird gewinnen. Ich glaube, dass das ein absurdes Verfahren ist, das irgendwann eingestellt werden muss. Aber letztlich, glaube ich, haben wir es einen tatsächlichen Schreck gemacht durch diesen ganzen Phantom, der da außen rum erfolgt ist. Weil, wenn man die Sache jetzt so hochhängt, übrigens bei Volker Beck und den Drohbeschichten, da hat man ja die Fernsehser, da hat man doch gar nicht hochgestellt und da war schon eingestellt. Genau so ein Prozess hat er nicht eingestellt. Vielleicht hat man da, ich glaube, ein Tag oder zwei Tage war das Video hoch. Naja, gut, aber wir sind nochmal geschäftigt, funktioniert das schon die ganze Zeit. Naja, das wird auch noch eine Weile dauern. Ich weiß ja auch wirklich, ich weiß, ob die eingestellt werden oder ob die sagen, hier, ich einstellen da 153 A, was man da alles so liest oder so, das glaube ich in so einem Fall nicht, weil der wird ja nicht bereit sein, das wird ja an den Stellunglohr, okay, machen da jetzt irgendwie 500 Euro an die, was denn eigentlich, wo soll das denn inzahlen? Flüchtlingshilfe vielleicht wäre sinnvoll. Aber das würde er nicht machen. Ein bisschen international. Ja, das würde er nicht machen. Nicht mal wie liebt. Ja, gut, okay. Ich glaube, wir würden mal das. Warten wir mal ab, was da passiert. Ich meine, letztlich, wir haben ja große Strafrechtsregime heute eigentlich, stelle ich fest, wenn ich mir das so anfange, dann sind wir immer noch mal fertig. Nein, nein, Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel hat die sich auch geäußert. Grenze der politischen Enthaltsamkeit überschritten durch ihre Äußerung, diese Wertenäußerung, die sie ganz am Anfang gemacht hat. Ja, das war ungeschickt. Ja, also das mag man nicht. Also hat sie jetzt selber sich für ein Schuldigaufenthalt was soll ich jetzt dazu sagen? Ich meine, in letzter Konsequenz, wenn darüber gefunden werden muss, ob man einem ausländischen Sprachantrag stattgibt, dann mag man das nach reiflicher Abwägung tun, aber man vergarrippiert sich nicht vorher in einem Telefonat, wie sie offensichtlich passiert ist, und muss dann danach die Goldung da einfangen. Also das ist ungeschickt. Ungeschickt, hat sie selber gesagt. Wollen wir, ist die Grenze klar überschritten? Wenn ich es schon selber sage, wollen wir nicht. So, dann Grenze der Neuzeit zum Mittelalter überschritten durch Anwendung des Weiß-Teg-Beleihigungsparagrafen. Ist ja nicht irgendwas von keinem Mittelalter. Naja, das war nicht Mittelalter. Aber es ist halt gelbungsrecht. Also man kann immer darüber streiten, ob gewisse, gerade Strafvorschriften, zeitgemäß sind. Das haben wir ja bei der Abtreibungsdebatte und was weiß ich, ist das ja alles drauf und runter geordnet worden. Aber solange es das Gesetz so gibt, ist es anzuwenden. Dann mag man es aufheben. Aber ich kann nicht sagen, eine Strafnorm ist nicht zeitgemäß, darum finde ich das jetzt mal lästig. Also das geht nicht. Da würde man ganz genau, gerade bei so einem Staat wie der Türkei, in der deutschen Seite, immer wieder Verletzung vorgeworfen werden, würde man sich wirklich extrem anwaltbar machen. Also ich denke, da konnte keiner anders handeln, als er handelt. Sehe ich genauso. Man kann natürlich sagen, man nimmt jetzt diesen Anlass und setzt das Ganze auf die Agenda. Ich meine, jetzt jetzt, wir reden ja gleich über das Gesetzgebungsverfahren. Im Strafrecht wird ja im Moment gerührt in diesem Kessel wie nix. Ob da immer was Gutes bei rauskommt, bei diesen Schnellschüssen, da bin ich jetzt eigentlich bei Gauke, der sagt ja nicht so ein Schnellschuss. Da gebe ich dem Bundespräsidenten tatsächlich recht. Wir können nicht jedes Mal, wenn irgendwo ein Problem auftritt, sagen, wir stellen jetzt ein Gesetz in Frage, aber dieses Gesetz umgekehrt, dass man da mal diskutiert, ist vielleicht... Mag fraglich sein, aber können wir jetzt nur noch mal verlassen? Fällig, ja. Danke. Das ist ja furchtbar. Aber furchtbar bleiben wir auch gleich, denn ich habe gestern Abend natürlich Fernsehen geguckt und habe gelernt, dass wir in Deutschland es jetzt endlich schaffen. Nein heißt nein. Revolutionär. Ich habe auch die Parlamentsdebatte gestern geguckt, die war zum Schießen komisch. Verstanden habe ich es jetzt, wenn ich ehrlich bin, sondern nicht. Wir schließen Strafbarkeitslücken, aber in der Debatte wurde gesagt, man sei jetzt immer noch nicht so weit, dass nein gleich nein heißt, denn auch ein nicht gewolltes Anfassen sei ein nein. Das verstehe ich jetzt eher. Ein Generalnein, was immer über ihm schwebt. Ja, ich bin generell sozusagen nicht bereit, mich anpassen zu lassen. Das könnte ich mal noch mit leben. Also die Problematik ist natürlich natürlich dieses Untouchen, das Eingehör, diese Untoucherei. Ja, aber wo geht denn das los? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Wir können auch ganz klar schon im Vorfeld sagen, in Köln hat das Ganze mit dem zu tun, das ist ja der, über den Gesetzesentwurf haben wir ja sogar gar hier schon mal gesprochen. Ja, das ist ja vorhin, glaube ich. Ja, der lag jetzt da in der Schublade, wir hatten damals uns, glaube ich, kritisch eher geäußert und sagte ja nochmal, nicht jede Woche ein neues Gesetzesform, seitdem macht er jeden Tag ein neues. Ungefähr. Oh gut, der war es so ungefähr. Aber das hat nicht geholfen, aber das blieb in der Schublade, ich fand auch zu Recht unausgeboren, jetzt hauen aber alle auf ihn ein. Also die einen sagen, es geht ihm nicht weit gut und die anderen sagen, unmöglich und geht zu weit. Köln, die Exzesse in Köln sind geschützt, sexuelle Nötigung ist heute strafbar, also wenn er nicht richtig doll begrabscht hat und so, klar, aber halt dieses eben Antatschen in der U-Bahn, das sich an den anderen herandrängen, das muss nicht bestraft werden. Da bin ich auch relativ unsicher. Ich finde es auch unmöglich, finde ich verantwortlich, weil mir jetzt alles immer zu eng ist in der U-Bahn, sowieso nicht mit der U-Bahn mehr. Ich frage, wie lege ich mit der U-Bahn und ich bin mir nicht so ganz schlüssig, wo da jetzt das unerlaubte Antatschen beginnt. Wenn ihr, ja, ich weiß auch nicht mehr, was angrenzt, aber gut, da wird man jedenfalls Gefahr laufen, also gerade auch die Befürworter von solchen Ausweitungen sollten sich darüber im Klaren sein, dass man das fast nicht mehr kontrollieren kann. Dann aber jetzt wirklich mit diesem Nein, das ist ja ein echtes Problem mit dem inneren Nein. Also wie soll, meine Frage, dass Opfer das innere Nein nach außen kundtun, wenn das umgekehrt, wenn das innere Nein, das nicht kundgetan wird, ausreicht, wie soll der Täter es erkennen? Das verstehe ich einfach nicht. Ich glaube, es gibt diese generelle Ablehnung, je weder Reform, diese Extreme gleich, die da teilweise gemacht wird, das geht mir auch wieder zu weit, man darüber zu diskutieren, das ist in Ordnung immer wieder, man muss jetzt immer wieder sicher solche Themen diskutieren, aber man muss doch die Kirche im Dorf lassen. wie soll ich denn verurteilen einen Täter, der ein inneres Nein nicht erkannt hat? Wie soll ich das tun? Ja, eine Vermutung, eine Generalvermutung? Nein, es muss dann eigentlich heißen, es ist generell, wenn nicht ausdrücklich erlaubt, jedes Berühren, die Frage ist nur in welcher Absicht, verboten. Naja, das ist bei den Betrachtern, aber hier geht es ja um die Frage, Vergewaltigungssituationen, also wenn ich jetzt, in dem Moment, ich schreite zu einem verlieblichen, Sexual, sagen wir auch nicht verkehrt, aber zu Handlungen, und dann wird eine Grenze überschritten, der klassische, also, ja, du meinst ja, jemand schlägt. Genau, irgendwie innerlich sagt, sagt dann der eine Partner, Nein, und der andere hat das nicht erkannt im Eifer eines Gefechts. Und jetzt, wie kann ich das, jetzt nachweisen, also mir absolut unklammlich, dass ich das beweisen soll. Nur durch die Aussage des Anfassens. Genau. Und dann, glaube ich entweder oder nicht, und das wird ja heute wohl schon als Manko empfunden, dass das im Wesentlichen eine Glaubwürdigkeitsdiskussion ausarbeitet. Also dann hat aber die Reform eigentlich nichts gebracht, wenn das Problem, das gleiche bleibt. Ich glaube tatsächlich, dieses Problem, woran die meisten Verurteilungen scheitern, jetzt mal rein praktisch besprochen, ist dieses Problem. Es ist die, der Richter steht vor der Situation, kann ich dem Opfer glauben oder nicht? Und dann ist die, natürlich immer nach irgendwelchen objektivierbaren Dingen gesucht, wie Verletzungen oder so, und die man dann mal zum Arzt gehen kann. Wobei ja auch da immer die Frage, es gibt immer noch Praktiken, die Verletzungen, wo Verletzungen geschehen. Das freut sich aber nicht so genau aus. Ja, gut, wenn wir uns über Sexualschaft nicht ringen, dann ist sich alles üblich letztlich. Problem ist aber, was ich aber doch wirklich nicht mehr irgendwie greifen kann, auch nicht... Es war ein Schluck, es um... Also, ich sage jetzt mal, wo ich den Extremfall, du bist der Richter, und ich sage dir jetzt, ich hatte als Zeuge, ich hatte einen gewissen Leidenschaft, ich wollte nicht. Ja, war das denn nach außen? Grundgetan, haben Sie nein gesagt? Nein. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe Nein gedacht. Hinnerlich. Würde jeder Richter wahrscheinlich erst mal fragen, und woran sollte der oder die andere das erkennen? Ja, das ist aber noch krass. Genau, jetzt wird es aber noch krasser. Jetzt wird der Täter gefragt, der als Opfer sagt, Hinnerlich habe ich Nein gesagt. Jetzt wird der Täter gesagt. Was hat das Opfer gesagt? Hinnerlich. Doch der Täter freut mich doch nicht. So, und jetzt? Jetzt hast du den einen, der sagt, ich weiß nicht, und der andere sagt, ich habe Nein gesagt. Wenn du diese Extremregelungen, die da teilweise gefordert wurden, ernst nimmst, dann müsstest du jetzt verurteilen. Weil der andere sagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe ihn nicht abrund, ich habe ihn nicht abrund, ich habe ihn nicht abrund. Innerlich. Und da hast du doch nie ein Problem. Dann führt es doch de facto in der Praxis zur Verurteilung, weil der Richter ja nicht mehr wie bisher sagen kann, ich nur als Opfer, ich nur als Täter, ich weiß nicht, wen ich glauben soll, im Zweifel für den Angeklagten. Das ist ja immer dramatisch. Aber man muss sich ja nicht bei solchen Sachen in Zweifel gegen den Angeklagten machen. Eigentlich. Ich habe keinen Zweifel mehr, weil der andere sagt, der weiß es nicht. Der weiß es natürlich nicht abrund. Aber wenn man dann Zweifelsgrundsatz anwendet, muss man sagen, naja, wenn du es nicht erkennen konntest, nur jetzt muss man ja sagen, dann wolltest du es ja offensichtlich jetzt nicht erkennen, nur weil du mich gefragt hast. Und was heißt das dann in der klaren Anwendung? Wenn ich also dann irgendetwas mache, frage ich alle zwei Minuten nach Niste noch, etwas verspitzt formuliert. Ich glaube, ich irgendwie müsste es dir schriftlich gehen lassen. Okay. Das ist ein neues Fazit. Bitte nur schriftlich. Und mit Zeitangaben, langes Gierasjahr. 20.22 Uhr. Also, entschuldige, auch wenn das jetzt ein total ernstes Thema ist, aber man kann darüber eigentlich nur lachen, weil das, was da in der Praxis draus entstehen soll, ist eine Katastrophe. Nicht übrigens der jetzige Gesetzesentwurf, vielleicht geht das noch, aber zumindest, was ich teilweise so von den die den zu lasch halten, die ich teilweise nicht lesen habe, also da kann man einfach mal sagen, geht nicht in der Praxis. So gut das wäre, so lobenswert und sinnvoll das wäre, das muss auch handelbar sein. Das Werkzeug muss benutzbar sein. Das glaube ich nicht. Kachelmann gegen Bild. Passiert auf die, glaube ich, gerade rein. Du, die Tagesordnung, ich habe mir was reingesucht. Das hat aber auch nicht ausgerechnet. Schon wieder was mit Strafrecht. Was sagst du gerade? Ja, Kachelmann fühlt sich geschmerzt durch die Berichterstattung und möchte jetzt von Bild und BildOnline, glaube ich, ein zarter Schmerzensgeld haben mit all dem, was man zum Schmerzensgeld zu sagen hat. Wie soll das schon sein? Und die Sohn, die er eingeklagt hat und die er, glaube ich, in der ersten Instanz auch zugesprochen bekommen hat, das findet jetzt die Berufungsinstanz ein bisschen hoch. Einschränktrategien und noch mehr, aber in der ersten Zeit 635 kriegt die Berufungsrichterin hat jetzt mal so im ersten Gespräch gesagt, 400. Gut, im Anbetracht der Schäden, die entstanden sind durch diesen unzähligen Prozess, weiß ich nicht, aber es ist Schmerzensgeld. Kein Schadensersatz. Schmerzensgeld haben wir ja auch beim letzten, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, da haben wir auch gesagt, Schmerzensgeld in Deutschland, das muss man bei einer Relation sehen, wenn Leuten ein Bein angefahren wird oder so und dann kriegt die nicht so ein Schmerzensgeld. Also das sind extreme Summen für die deutsche Rechtsprechung. Das ist schon auch die Fähigkeit. Man hat so ein Urteil mal gehabt, dieser schwegischen Prinzessin, da gab es 400.000, da waren aber die Berichte komplett erfunden. Und jetzt sagt das Gericht, naja, die waren zwar teilweise auch nicht beweisbar oder waren auch extrem tendenziell und so weiter, aber waren halt, fußten auf einem realen Sachverhalt. Ja, das gab ja auch den Prinzess dazu. Also es war ja gerade keine erfundene Berichterstattung oder erfundene Vorgriffe, sondern es gab ja tatsächlich die Vorgriffe, ob sie nun glaubhaft waren, oder sich tatsächlich so zugetragen haben. Das ist ja eine Sache, die muss das Strafgericht rausfinden. Oder zu einem Verfahren kam es im Recht. Also wir haben immer, glaube ich, die Rechte, das sind ja auch wahrscheinlich, das musst du als Verfahrensrechtler einspringen, Grundrechte, auf sozusagen die, auf der einen Seite die Pressefreiheit und auf der anderen Seite, was ist bei den Opfern dann, oder ich sag mal Opfern, sondern bei den... Ja, bei Persönlichkeitsrechten. Also bei Persönlichkeitsrechten. Das sind zwei Grundgesetze. Wobei natürlich, also Pressefreiheit bedeutet ja nicht nur, dass die Presse freien Zugang hat, sondern dass es auch das Informationsrecht gegenüber der Presse gibt. Also selbstverständlich müssen die solche Sachen berichten dürfen. Auch in der Gefahr, dass sich danach im Prozess herabschwellt, das war alles gar nicht so. Ja, das kommt heute noch nicht vor. Und man muss halt auch sagen, die so hohen Schmerzensgelder, die, wenn damit Extremauflagen und damit auch Eingaben ja generiert werden, dann geht es natürlich auch nicht, dass ich mit so kleinen Summen da anfange, weil dann hat das halt letztendlich keine... Ja, weil es geht ja nicht darum, den Vorteil abzuschöpfen. Ich meine, es ist ein Schmerzensgelder. Da kann es, meine ich persönlich, nicht darauf ankommen, ob jetzt die Auflage dadurch exponentiell gesteigert worden ist oder überexponentiell. Das ist eigentlich, denn mit Schmerzensgelder der Gedanke nicht so ganz ingewohnt. Kein Beschreckungseffekt, ja, beim Schmerzensgelder. Gut, also du sagst ja jetzt endlich, wenn ich das jetzt zusammenfassen, sagst du, naja, mit den 400.000 ginge auch in Ordnung. Wohl ja. Ja, kann man auch keine wesentlichen Nummer machen. Ja, aber eigentlich würde ich, ich hätte auch, wenn auch 600 Amphäse aus, ist man da auch ungerecht, da hat man so eine rechte Tendenz, gegnerig zu sein. Ja, das kommt da vor, aber ich glaube, irgendwann muss jetzt auch mal mit Karten gut sein. Naja, aber wenn du überlegst, wenn Karin dann passiert ist, dann kann ich mir irgendwie verstehen, dass der jetzt einfach da sagt, ich schlag da zurück, solange er geht. Dann glaubt nicht jemand anderem, wie da passiert, vielleicht, oder auch andere, weil er selber seine Lache haben will. Ich kann dir irgendwie nachvollziehen, oder? Möglich, aber trotzdem. Ja. Irgendwann. Irgendwann muss rechts fliehen. Ja, Gut, danke Volker. Na, dafür dich. Bis bald. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.